Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von... ...Megaman! Ja, jetzt hab ich nichts dabei... Nein, Spaß! Ja, und ich dachte ja... Solange kein Mega-Man mehr... Da... Was? Und dabei habe ich euch fünf Wochen noch gegen Feuer mit... ...und nein... Spaß, ich werde natürlich... ...innerkennen den Versuch wie... ...Mua... ...Mua... Okay, das... ...hat nicht genauer geschafft, also... ...n... ...statt zur... ...klucken... ...klucken... ...negal... ...und die noch... ...neu... ...Folge... ...Megaman! Ich glaube, das Spiel... ...aber eigentlich... ...das Spiel ist cool... ...ja, ich würde sagen... ...och komm... ...man... ...so... ...nein... ...oh man... ...so... ...och... ...ich wollte... ...ich... 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 ...ja... ...und... ...ja... ...und... ...ja... ...das... ...das... ...war... ...perfekt... ...ich... ...ich... ... wenn... ...sie... ...sie... ...ja... ...sie... ...wann ist... ...was.. ...sie... ...nach... Und wenn man dann so so schlecht, wie ich jetzt noch beziehungsweise habe ich gleich geschafft, dann denke ich auch, oh man, du bist so durchreitig, dass ich so gedacht habe, ich dich zu spielen. Und dann kommt wieder die Klingel und weiter runter, egal. Und dann geht das wieder so. Ja, wie gesagt, Mega Man ist toll. Mega Man ist anstrengend. Mega Man hat mich. Ja, so sieht's aus. Mega Man mag mich einfach nicht, obwohl ich deine die Erie immer geguckt hat. Ja, ich hab die Erie wirklich mal geguckt, also nicht die Neue, sondern auch hier, ich hab's auch gefrucht. Zwar nicht jede Folge, aber... Au. Boah, da kommen wie Gerufen, Mann. Ui, mega, 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 mega. Freu mich. Freu mich kann. Freu mich kann. Freuuch mich, wär mich, freu mich? Auch hier ist jaopaueu, ja nur, aber.... Du musst sagen, ich bin kriegt... Du kannst den anderen Partnerraum immer verbrechen lassen ... ... Jooh, war drin. gentle Potion. Oha, woa. Ro.. Da hab ich das geschafft. Keineチfaden ... Das war so... Aaaaahhh.. ...klar... ...klar... Wozu wohl da ist das so gemacht? Natürlich auch nicht zu bissen, aber... ...ja, nicht zu bissen. Oh, doch, ich bin da blickert. Komm mal hier, bin ich hier neu. Egal, ich hab kaum noch niemand mit mir, wenn irgendwann man hier aus zum Endgitter kommt. Das ist mein erstes Mal. Wenn ich es nie geschafft habe. Und, willkommen, liebe, und der lacht jetzt total früh. Joach... Ich weiß jetzt gerade nicht, dass wir jetzt versuchen so, haaa! Flatter Megaman! Gut. Ah, gut, das habe ich jetzt ja auch mal gefragt. Ja, und da habe ich ja... Das ist ja der Platz hier. Nein. Ich weiß nicht, da haben... Da bin ich nur noch nicht mehr. Na, du bist ja gut. Nein, nur weh. Doch, ich strecke dich. Ich strecke dich da in die. Warte, ich will mal gucken, dass du wieder lebst. Ha, doch, ich bin so richtig. Aber jetzt meine Kindpiker. Oh, ich bin wieder absolut, dass ich noch mal wieder den Ballmack hab. Ich danke den Ding, dass ich wieder. Okay. Und da Megaman! Das ist ja, komm, mach mal schneller. Und dann hast du so eine Schatz. Ich muss nur noch einen in den Wasser. Nein, dann glaube ich wieder zurück und... Und da ist eben so eine bei den... Oh! Ja! Ich glaube, dass ich dieses Spiel... Ich würde so glauben, dass ich mich ja nie eine drin habe. Nein, dann glaube ich wieder zurück und... Ich würde so einen Zweig aufnehmen und dann werde ich trotzdem schafft. Dann würde ich das... Ja, ich würde so auch etwas. Ich würde so einen Geraden machen. Ich würde so etwas für dich tun. Und dann würde ich so etwas machen. Hmm.